er sieht bei der astoria erst mal nach einer viererkette hinten aus mit mario müller links max müller im zentrum neben roman hauck und rechts bleibt allerdings hängen wieder bogade justan gefällt mir sehr gut zieht den ball immer wieder zu gerade gut aufgepasst daran geht es ein bisschen zu lange bei tom und so nicht so langer ball hinüber bierkann schelig eins gegen eins gegen bogade schelig so gerade macht die tür zu eckball so bogat ja kommt man ein bisschen hinter die kette flanke kommt aber nicht wird gut verteidigt wieder brümel durchgesteckt war der kommt durch bogade vorne oben dort wird noch ein wenig nach hinten verlagert und weiter geht's den ball verliert vari ist mit dabei und repariert karl gegen bogade sie bleiben drauf sie bleibt karl gelbine reis